Das ist mein Curvy Loch Da Wo ist da? Da, 148 Meter in die Richtung Okay Einfach gerade zu War die schon fertig? 148 Blöcke Ah ich sehe sie, okay Schau wie weit sie ist Oh die ist ein bisschen größer Das ist nett Oh hi Creeper So einer Ich will nicht ins Loch gecreepert werden Ganz ehrlich, verpiss dich Nicht das Wasser unten So, okay die brauchen Das kann Wasser mehr Schlau, ne Sorry I'm happy Eine Fappy 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 Ach ja dann brauchen wir noch einen Davon zum raufschmeißen Schieter, Schieter, Schieter Schieter Haben wir jetzt irgendwo eine Enderpelle? Hä? Hast du noch eine Enderpelle? Ich hab eine Enderpelle jetzt, ja Brauchst du die noch? Ja, ich verwende die doch gerade Ja, frag ich doch nur Ich bin ein sozialer Mensch, der fragt Ich hab doch gesagt, ich kaufe eine Enderpelle, also Ich hab doch gesagt, ich kaufe eine Enderpelle, also Ne, nur eine Wo stehst du? Richtig so im Nordosten Ja, am ME, genau Richtig am ME sitzen Also ich würd's machen, wenn ich wüsste wie das geht Aber ich auch kann was wieder rein Einfach einen Hang, Rino, innen, wo immer rein sitzen Boah, ne Guck mal da, siehst das Siehst die Blitze Ich würd' ich mir lieber die Hand abschneiden Anstatt dass du ihn nimmst Freuen wir dich, Blitze Geh weg da Ah fuck, ich muss mal ein Magnet ausmachen kurz Das? Da ist er tot LOLL Ne Rune hergestellt Was geht hier ab, alter? WTF hast du hier unten Sludge hergestellt? Was ist Mana? Wo hab ich Sludge hergestellt? Warum hast du hier unten Sludge reingekippt? Ich mach ja grad Mana hergestellt Was ist Mana her? Achso, du hast ja mit Obsidian hergestellt, oder wat? Ja genau Hast du einfach nur, ist wie Wasser, oder wat? Eine Frage immer grade, Centus Ja Ist Botania etwa auch so'n, so'n, so'n Saugermod oder wie? Jaja, aus... Taumcraft... Baby Magic, was das da war Und was, äh, was kann der alles so? Mit Pflanzen Mit Pflanzen Mit Pflanzen Mit Pflanzen Mit Pflanzen Tiersystem bauen Guck mal hier Was ich jetzt gemacht hab Brauchstand Pflanzen Das sind Botanier Brauchstand Gaaat Ähm Hab ich hier irgendwo Sand gehabt? Dann kann ich dir was zeigen Du hast doch gelitten Ich will auch'n Gleiter Muss mal kurz Ein Glas rein Die sind echt... Hangglider Nimm dir gleich mal das Glas da aus Hangglider Drei Stück Was war das jetzt? Was war das jetzt? Nimm dir mal drei Stück raus Alter Was denn? Flesh, wir brauchen mehr Generatoren Jaaa Zwei 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 So, und jetzt schmeißt das mal hier in den Mana Pool rein Das Glas Wenn du hier eine Pipe aus schmiedest Jetzt hab' ich äh Mana Glas Und daraus kann Mach' mal Fläschchen jetzt Ganz normal Fläschchen Hier mach' mal noch mal'n Zaumann Omicron Äh, ich hab' oben eins Ich hab' Mana Glas Ich hab'n Da oben in der obersten Kiste ist'n von Omicron Oben wo? Und da kannst du trinken Hier der erste Kiste da Links neben dir Links neben dir Und eine so, eine so ne Flasche Hat vier aufgeladen In der Mitte ist ein Faunomikum Hat drei Ja, die hab' ich gestern, die hab' ich gestern gefunden noch Guck mal Botania ein Bei dir ähm Nei Und da hast du dann die Fläschchen Und die Rezepte sind auch gleich bei Ich geb' bei euch ab hier, Bitches Das ist Warte Fläschchen, 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 Fläschchen Haha, guck mal ich Haha, ich kann mir nix antun Hey Neatherwarze Zucker Und ein Goldnugget Neatherwarzen haben wir noch nicht, wahrscheinlich, ne? Ist ja krass Doch, aber die müssen wir jetzt anbauen Die sollten wir jetzt anbauen Ja Dumpbooster 2 Neatherwarze, ne Feder und ne Karotte Ist ja krass Die Neatherwarze, ne Ich weiß nicht, alles gibt ja 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 Na ja Und das Feuerwitz ist denn Warum mixt sich der Rotz denn nicht? Brauch ich jetzt da mehr von oder wat? Ingots Und dann kommt da noch zu Dele, dass ähm größere Flaschen gibt's, damit kannst du da die Haie um dann 6 aufladen Okay Dele, komm mit Hit me Dele, one more time Aber ich glaub die größeren Ähm Du bist mit dem Weg gegangen Die größeren Fläschchen kann ich nur mit Eifglas herstellen Oh my freaking fucking god Ich bin mit ihm zu unserem Loop gegangen Hat er grad oh mein Zieg, oh mein Zieg gesehen Wie bist du weh denn das? Ich hab grad so gesagt Oh mein freaky fucking mother fucking Oh my god, wie kann dies nur möglich seien Oh my god, look at die Boot Oh my god, look at this Bart Bart Oh, den ist Bart an Bart Ich hab grad ne Katze gehört Rrrrrrrrrrrrrrrrrr Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Rette sich fake an Rette sich weg an Katze Mein Mauch Ja Weiß ich nicht Wehe Hab ich nicht gehört Die hat mich an So auf tun Boah, Nenny hör auf Auf zu reden Kann man sich hier nicht antun Er flasht sich dann auf den Glider gebraucht Uugh Nenny Mal Mund zu Uuuh Ahahaha Boah, du hast an ihm mein Sohn was geht ab was ist mit dem fläschchen los guck mal die sich erstaun was ist da los ? ich glaub wir brauchen mehr generatoren die haben also ein kistenupgrades wir hätten da vorn der was Nee, die, äh, öh, auf. Nenn die, Alter. Alter, äh, WTF, wir brauchen ein Kisten-Upgrade. Ja, mach ich gerade. Weil ich brauch hier auch ein Kisten-Upgrade. Meine, die Kisten voller Holz, die pumpt auch alles raus. Das ist alles überfüllt. Was macht ihr gerade? Also, wenn ihr Wilden braucht, dann müsst ihr nur sagen. Wilds kommt sowieso nicht. Hat ein Deep Storage eigentlich ungrenzt zu speichern? Ja, Gott sei Dank. Ich bin am Kuchen vielleicht nur zu wehren. Ich brauche euch mal ein Upgrade. Was braucht man denn hier? So ein Eisen-Chest-Upgrade? Ja, ne? Geil, also wir haben Eisen in der Kiste und mit dem Holz. Nee, wir machen nur das Upgrade. Okay, hier ein. Wo ist denn das ganze, wer hat denn das ganze Gold weggenommen? Fass mich. Sorry, I'm really happy. Ja, Wasser! Sorry, I'm Wasserscholl. Booy, Lenny. Lenny, halt mal Luft an. Fünf Minuten oder so, dann ist das weg. Booy! Booy! Tunnelbohrer-Turtle. Tunnel-Turtle-Bohrer. Aber da ist die Spitzhackung noch nicht kaputt. Nein, die ist halt komischerweise noch nicht kaputt. Vielleicht war es auch ein Bug. Vielleicht war es auch ein Bug. Ja, hast du mal gegoogelt? Nein. Warum nicht? Vielleicht geht das bei Excavate kaputt. Ja, okay. Dann müssen wir halt unsere eigene Excavate-Script schreiben. Ne, ich mach einfach das Tunnel-Programm. Fertig. Ja, komm dir denn. Wir machen ja zusammen, Soundcraft. Da ist viel Brochenberg. Ich hab dir gesagt. Dieses Mod hat mich verzweifeln gebracht. Was? Ja, wie kann ich denn das Upgrade da drauf tun? Nichts Gleak. Ach, Iron to- Alter, ich- Weißt du, was ich baue? Wattdem? Ich mach eine Iron to Gold Chest. Okay. Ja. Soundcraft hat mich schon mal in den Wahnsinn getrieben. Ja, heuloch. Ja. Ich trau der auch. Höh! Boah, Alter, wie dich fühl ich das ja gut. Krass. Boah, Lenny. Ja, jetzt. Ich brauch immer Zertus-Quarz. Dreck-Sau. Ne. Ich bin Lenny. Ich mach's nur besser. So, der Platz reicht jetzt erstmal. Für kurze Zeit. Warte mal. 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 Ich hab jetzt was Gutes noch vor. Warte mal. Was hast du für ein Update? Update? Warte mal. Warte mal. Ich mach mal jetzt ne Gold Chest auch für die Bären. Okay? Für die Bären. Mal gucken wie schnell die Kiste voll wird. Da hat irgendwer noch Schluck auf? Ja, Lenny die ganze Zeit. Ja, die Bären haben doch ein Upgrade schon drauf. Was denn für eins? Eins. Also brauchen wir noch ein Gold-Upgrade. Ei, die Kiste ist nicht voll. Ich glaub' ich zum Ende. Ach Scheiße, ich muss das andersrum auch. Egal. ja aber die kiste wird voll ich mach jetzt ein gottverdammtes me system ich verzweifle gleich wo ich einfach meine meine sachen einschweißen kann irgendwas was die ganze karte kartografiert oh zombie verfolgt mich nicht die ganze zeit stirb oder lass mich in ruhe und mit dem kannst du dann die karte kartografieren aber da muss dann erstmal die ganze karte laufen haben wir aluminium eigentlich haben wir alles machen einfach nur noch diese stempel stempel? oder formen, egal, wie bist du denn? bist du? bist du? bist du? bist du? so are we happy? sorry im aufschluck im aufschluck im aufschluck im aufschluck wassseaaaaaalleeell bist du mir hindern jetzt Бог nicht also ne mischung aus Röpsen und Logau und hoffentlich sterben voll ab aarte Aua was ist das denn jetzt grade? hier ist einmal Zensus scheiß scann はい Skelett das geht sogar warum kann man so lange schluck auf eigentlich haben den schluck auf wegzunehmen er wird doch eh nicht Was ist das für ein Gang nach unten bei dir? So lustig ist das doch, ist es aber... Drecksgeland...